Hallo liebe SVR Fans, ich bin der Markus Grössinger. Ich habe am Donnerstag mein erstes Europa-League-Spiel gemacht. Für mich war es ein Wahnsinn innerhalb von zwei, drei Monaten von der Regionalliga, vom Platz für Allerheiligen ins SVR Stadion zu gehen. Ich war sehr nervös, weil ich glaube, wir haben am Donnerstag gegen Liga Warschau mit den 2-1-Sieg alles richtig gemacht. Die Umstellung ist mir eigentlich schon relativ schwer gefallen. Von körperlich her ist es gegangen, aber natürlich von technischen Anforderungen. Die Einzelqualität für die Spieler ist sehr hoch, das Laufpensum ist hoch. Aber ich glaube, schon langsam wird es. Ich gewöhne mich ein, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und so kann es weitergehen. Die Erwartungen, ich glaube, wir sind alle heiß auf das Spiel, wir wollen unbedingt gewinnen, wir wollen aufsteigen. Egal mit welchen Mitteln und wie viel Kraft es uns kostet und das werden wir heute auch mit allen Mitteln versuchen. Die Entscheidung des Stadions Die Entscheidung des Stadions